Mit dem folgenden Video lernt ihr noch ein paar weitere Bezeichnungen für Familienmitglieder. Das sind meine Schwiegereltern, also die Eltern meiner Frau. Meine Mutter und mein Vater sind die Grosseltern von unseren Kindern. Sie haben zwei Enkelinnen und einen Enkel. Den Grosseltern sagen bei uns meistens Oma und Opa oder Omi und Opie oder auch mal Grossmami und Grosspapi. Meine Mutter wollte aber lieber eine Grossi sein. Das ist ein Vier-Generationen-Foto. Weil ich jetzt auch schon Grossmutter bin, ist meine Mutter sogar schon Ur-Grossmutter. Unsere Tochter Silvia ist die Tante von den Arunen und unser Sohn Gabriel ist ihren Onkel. Und wenn ich noch keine Schwiegereltern bin, ist meine Mutter und Opa. Und wenn ich noch keine Schwiegereltern bin, ist meine Mutter und Opa. Vielen Dank.